Freunde der Sonne, willkommen. Ich helfe einem Kunden von mir. Wir sind bei einer neuen Folge vom Oldtimer-Zentrum Berlin. Ich bin heute in Brandenburg unterwegs und ja, ich helfe einem Kunden von mir. Der hat von mir ein Auto gekauft, hat mir erzählt, du Patrick, ich habe eine ganze Halle voll mit Autos, die müssen auch mal langsam weg, kannst du mir da helfen? Und dann dachte ich, hey, natürlich, das kriegen wir hin. Da habe ich gedacht, ich nehme den Kameramann mit und wir zeigen euch mal jetzt gemeinsam, was hier drin ist. Also kommt mit und viel Spaß. Aber es war ein Stoßstang nach Stoßstang. Ich werde euch die Autos zeigen. Ich habe hier meine schlaue Liste und da habe ich alle Eckdaten, Preise und so weiter. Die gebe ich euch jetzt alle mit. Wenn ihr irgendwas seht, wo ihr sagt, hey Patrick, das ist spannend, an dem Wagen hätte ich Interesse, meldet euch bitte bei mir. Ihr könnt mich anrufen, ihr könnt mir eine E-Mail schicken, das ist alles kein Problem. Wir werden schauen, wie die Nachfrage ist, ob wir vielleicht auch so ein Sammeltreffen machen. Alle Preise, die ich jetzt hier angebe, sind vom Besitzer gemacht worden. Damit habe ich im Grunde genommen nichts zu tun. Das ist seine eigene Entscheidung, die akzeptieren wir auch. Wir gehen jetzt mal die einzelnen Autos durch. Nicht alle Autos, die ihr seht, sind zu verkaufen. Das heißt, wenn wir an einem Auto vorbeilaufen, was ihr im Hintergrund seht, hat das einen Grund, warum es nicht hier auf dieser Liste steht. So, hier haben wir unseren ersten Kandidaten, Fiat Fiorino von 1983. Also kurze Eckdaten, 83.000 gelaufen, hat einen 1,3 Liter Dieselmotor. Wichtige Sache ist, er kommt mit Papieren und Schlüssel, aber wie ihr auch seht, er steht schon eine Weile. Das Auto lief zuletzt. Wir gucken uns nochmal kurz den Innenraum an, weil das ist sicherlich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Und wir sehen, Türpappen sehen sauber aus, die Sitze sehen sauber aus, sind auch nicht durchgesessen. Also das passt. Auf der Uhr haben wir 82.900 Kilometer. Ansonsten hier natürlich ein bisschen der Lack abgeplatzt. Die Unterkanten, hier sehen wir, da sieht alles gut aus. Die Türkanten selbst sehen auch ganz gut aus. Also ich denke, das ist erstmal hier ganz gut. Der Schweller ist super, das passt. Was wir hier natürlich haben, sind an den Verbindungsblechen. Dazwischen rostet es schon ein bisschen an. Lässt sich halt bei Metallien auch leider nicht vermeiden. Also das gute Stück hier soll 3.000 Euro kosten, hat der Kunde gesagt. Das wünscht er sich und den Wunsch wollen wir natürlich erfüllen. Also wer Bock drauf hat, einfach mal Bescheid geben. Das ist unser Auto Nummer eins. Wir müssen das auch nochmal kurz auch klarstellen, dass es da auch keine Missverständnisse gibt. Alle Autos, die wir hier anbieten, werden verkauft als Restaurationsobjekte, als Fahrzeuge, die augenblicklich nicht laufen. Um aber dem Kunden so ein bisschen die Information zu geben und das auch ein bisschen zu erleichtern, geben wir immer an, ob das Auto, als es geparkt worden ist, lief. Das ist immer nochmal ein bisschen hilfreich und man hat so eine Idee, könnte man was damit anfangen oder nicht. Prinzipiell sagen wir, alle Autos, die hier sind, sind Restaurationsobjekte. Ganz wichtig, nicht, dass es im Nachhinein Ärger gibt. Auf geht's zum nächsten Auto und wir brauchen den Balken, weil hier ist so lange kein Mensch mehr gewesen. Wir wissen nicht, was sich hier für Tiere verbergen. Nächster Kandidat auf dieser Liste, ein Maserati Biturbo Viertürer von 1985 mit 61.000 Kilometern. Er hat wahrscheinlich keine Papiere. Die Schlüssel sind da. Zuletzt, wo er abgestellt wurde, lief das Auto auch noch. Der hat den 420er Motor drin, ist komplett und soll 2500 Euro kosten. Ich nehme jetzt nicht die ganze Folie runter, einfach weil hier sind leider auch ein paar Sachen drauf, die schon sehr, sehr viele Jahre drauf liegen und ihr sollt ja trotzdem eine gute Idee bekommen, was wir hier haben. Also was ich hier vorne schon entdeckt habe, ist, dass wir hier ganz schöne Roststellen haben. Also die Haube, die ist auf jeden Fall nicht mehr zu gebrauchen. Wir schauen uns mal den Innenraum an. Feinstes Material der 80er Jahre, 61.024 Kilometer, elektrische Sitzverstellung, elektrische Fensterheber, Radio fehlt, Klimaanlage hat er, Armaturenbrett ohne Risse, beledert. Himmel sieht soweit ordentlich aus, hängt hinten ein bisschen. Hinten diese Innenausstattung sieht auch super aus, also die muss man wahrscheinlich einmal wirklich auffrischen, aber das passt soweit. Kotflügel sehen auch in Ordnung aus. Also wie gesagt, ich denke mal, für einige als Ersatzzeitspender gar nicht so uninteressant. So. Und hier haben wir einen Alpha 33 aus der ersten Serie. Baujahr ist nicht bekannt, aber das tragen wir euch nach. 140.000 Kilometer auf der Uhr, kommt mit Papieren, kommt mit Schlüssel, lief auch zuletzt. Auch das war mal ganz interessant für viele. Und ansonsten möchte der Kunde gerne 1.500 Euro dafür haben. So, Tür ist offen, aber wir sehen, hier gibt es auch ein paar Mitbewohner. Die Sitze sehen super aus, Armaturenbrett ist nicht gerissen, also vom Innenraum her auf jeden Fall noch brauchbar. Vom Lack her auch gar nicht so schlimm. Rosttechnisch sind die Türen auch in Ordnung. Hui. Das muss aber eine große Spende gewesen sein. Ja, also auch hier ist die Sitzausstattung, Innenausstattung wunderbar. Für Alpha-Liebhaber vielleicht gar nicht das Verkehrte. So, weiter geht's zum nächsten Auto. Und da haben wir hier ein Alfetta. So. Kurze Eckdaten zum Alfetta. Baujahr 82, 123.000 Kilometer gelaufen, kommt mit Papieren, kommt mit Schlüssel, lief, aber es ist sehr, sehr lange her. Das waren die Worte vom Eigentümer. Ein 2-Liter-Motor ist soweit komplett und soll 4.000 Euro bringen. Also Lenkrad sieht schon mal sehr, sehr schick aus. Auf dem Tacho stehen 123. Der hat Sitzbezüge drauf. Ja, so ein bisschen muffig riecht er, aber nicht so doll, da ich schon schlimmere. Und ansonsten, ja, rot. Gucken wir uns mal hier. Die Unterkanten sind schon pickelig. Hier auch ein bisschen. Und auch hier haben wir diese Sitzbezüge drauf. Der ist eigentlich beige, sehen wir hier. Ist auch nochmal ganz spannend. Unterkanten haben auch so ein bisschen Rost. Hat Läufer gehen, das ist okay. Schwere Haube. Das können wir zum Motor sagen, typischer Alpha-Motor. So, Öl ist drin. Sieht jetzt auch nicht so schlecht aus. Also, das sollte funktionieren. So, also ich würde sagen, für Kandidat 4 ist das gar nicht so schlecht. Alpha-Jungs, wo seid ihr? Wir haben für euch die passenden Projekte hier. Wir gehen nochmal die zwei Autos hier lang. Wir haben hier noch einen Leichenwagen. Den können wir euch ja schon mal erzählen. Das ist ein Volvo-Leichenwagen. Relativ selten, so wie der Kunde erzählt. Hat einen Dieselmotor, der wohl auch lief vor langer Zeit. Hat leider keine Papiere. Hat ungefähr 345.000 gelaufen, was ja von Diesel sicherlich kein großes Problem ist. Der lief zuletzt. Hat ein zweieinhalb Liter Dieselmotor, der wohl sehr begehrt ist. Hat aber auch natürlich seine Schwachstellen. Wenn wir uns das hier anschauen. Stark verspachtelt. Riesenroststellen. Wofür der noch zu gebrauchen ist. Ihr könnt mir nochmal hier reinschreiben in die Kommentare. Für was würdet ihr hier noch so einen Leichenwagen nutzen? Würdet ihr den vielleicht aufheben für eure letzte Tour? Oder werdet ihr dem eurem besten Freund zum 30. schenken? Könnt ihr mir mal drunter schreiben, was für Ideen ihr habt. Aber diesen schicken Leichenwagen gibt es für 500 Euro. Jetzt gehen wir nochmal nach hinten. Hier haben wir nochmal was versteckt. Alpha 164 ist natürlich jetzt nicht im allerbesten Zustand. Baujahr 91. Nächstes Jahr gibt es dafür die Haarzulassung. 191.000 gelaufen. Kommt mit Papieren, kommt mit Schlüssel. Lief und ist sehr sehr lange her. Also auch hier sicherlich einiges an Arbeit zu machen. Das Auto soweit komplett. Sollte, wenn es gut wäre, 500 Euro bringen. Innenausstattung. Ledersitze. Na Leute, also wenn euch da 500 Euro nicht wenigstens für die Ledersitze wert sind, ja das sieht auch gut aus hier. Also Restaurationsobjekt 500 Euro. So, der nächste im Bunde. Ein Alfetta GT. Baujahr muss ich mal nachtragen, aber ich vermute irgendwas Anfang 80er. Und was haben wir hier noch für Infos? Ist ein 1,6er. Lief, hat italienischen Brief. Und der Kunde möchte gerne 3.000 Euro haben. Hat wohl ein Getriebeproblem und ist in einem nicht so guten Zustand. Aber deswegen kostet er auch nur 3.000 Euro. Also mal kurz reingeschaut. Das sieht natürlich sehr wild aus. Sitze fehlen. Das Cockpit ist wohl da. Hinten ist noch einiges an Verkleidung. Wer sowas sucht, davon gibt es ja auch nicht mehr so viel auf dem Markt, der wird hier sicherlich noch mal ein bisschen was finden. Aber ich sage euch, wenn ihr eine Stauballergie habt, dann ist das hier nicht euer Auto. So, weiter geht's. Wir gehen jetzt rüber in die nächste Halle. Und ich sage euch wirklich, hier gibt es einiges. Und zwar haben wir wieder einen Fiat Fiorino. Diesmal in der seltenen Pickup-Version. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe echt nicht viel Ahnung von Fiat. Das ist auch gar nicht schlimm, weil man kann ja nicht immer alles wissen. Aber ich muss echt sagen, ich habe das Ding so noch nicht gesehen. Ich habe aber auch wahrscheinlich nie so wirklich drauf geachtet, muss ich auch dazu sagen. 84er Baujahr, 124.000 gelaufen. Ist ein Diesel. Ist dementsprechend also wirklich recht wenig gelaufen. Der lief zuletzt, ist soweit komplett und soll 3.000 Euro bringen. Das nächste Auto, was wir hier in der Kollektion haben, ist ein Lancia Dedra. Kannte ich bis dato auch nicht. Die sind wohl relativ selten, weil dieses Auto hier auch Allrad besitzt. So ein Allrad ist natürlich eine ganz coole Sache. Er ist aber leider in einem sehr schlechten Zustand. Also Lancia Dedra 4x4, Baujahr 94, 171.000 gelaufen. Hat Papiere, hat Schlüssel, lief zuletzt. Beziehungsweise jetzt läuft er nicht mehr. Hat einen 2 Liter Benziner, soll 1.200 Euro bringen. Und ich würde sagen, das, was ihr hier drin seht, das gibt es gratis mit dazu. So, gehen wir zum nächsten. Wir haben noch einen Alpha 33 hier. Auch ähnlicher Zustand wie vorher. Ihr seht, die Decke, die ist hier nicht ganz so dicht. Der hat ungefähr 39.000 gelaufen, abgelesen natürlich. Hat einen Schlüssel, hat einen Brief, lief wohl auch zuletzt und soll 1.500 Euro bringen. So, zum nächsten Auto. Und ich sage euch wahrscheinlich eines der coolsten Autos, die wir jetzt hier haben. Und zwar haben wir hier einen Volga M24, ungefähr von 1975. Hat 110.000 gelaufen, hat litauische Papiere und lief bis zuletzt. Hat einen Schlüssel, hat aber auch Rost. Also der Kunde hat mir gesagt, da fährt er gerne 2.500 Euro. Wenn ihr da also Bock drauf habt, meldet euch. Die Kinder aus dem Ostblock, die kennen das Auto sicherlich kennen. Ich habe da nicht so viele Berührungspunkte zu. Ich zeige euch aber nachher mal ein Auto, was ich aus meiner Kindheit kenne. Motor sieht soweit komplett aus. Wie gesagt, laut dem Eigentümer lief der auch bis zum letzten. Hier sehen wir auch noch das wunderschöne Typenschild. Ach, ich muss mich sogar korrigieren. 1984, nicht 1975. Auch das ist nochmal wichtig. Batterie ist ausgebaut. Stoßstangen, naja, wie sieht es halt in der Stoßstange nach so vielen Jahren aus. Wir gucken uns noch mal kurz den Innenraum an. Ja, ich kann euch auf jeden Fall sagen, sieht deutlich besser aus als das, was es vorher hier zu sehen gab. Innenraum sieht wirklich okay aus. Gar nicht so schlimm. Ist vollständig. Keine Risse im Armaturenbrett. Hinten hat der hier noch irgendwie so eine Planer, aber das sieht soweit ordentlich aus. Also, ich würde sagen, soweit ein solides Auto, aber der hat Rost. Auch das muss man bedenken. Folge haben wir abgehakt. Jetzt gibt es noch einen Alpha 6. Das ist ein 78er Baujahr. 111.000 Kilometer gelaufen. Hat keine Papiere. Hat einen Schlüssel. Lief zuletzt. Ist ein zweieinhalb Liter Benziner. Ist soweit komplett. Und soll 2.500 Euro kosten. So, wir schauen mal kurz in den Motorraum. Und da sehen wir den Sechszylinder-Motor. Wie gesagt, laut dem Kunden lief das Auto auch bis zuletzt. Hat aber natürlich Rost. Sieht ein bisschen wild aus. Sicherlich ein interessanter Ersatz-Hashbinder. Wenn wir uns noch mal kurz den Innenraum hier anschauen, dann ist das soweit in Ordnung. Das Lenkrad sieht natürlich aus, wie die Lenkräder normal aussehen. Ist ein Schalter. Hat elektrische Fensterheber. Und ja, ich denke mal, sollte sein Geld wert sein. So, gehen wir zum nächsten rüber. Und hier haben wir was relativ schickes. Lancia Gamma Coupé. Das Ding ist von 1982. Es sind die Papiere mit dabei. Es ist der Schlüssel mit dabei. Das Auto lief zuletzt. Ist soweit komplett. Und soll 3.500 Euro kosten. Und das Schöne an diesem Coupé ist, wenn man sich das mal so ein bisschen genauer anschaut. Es ist urig lang. Also für ein Fahrzeug, für einen Italiener muss man ja auch dazu sagen. So, wir haben hier relativ viel Platz. Und wir haben hinten auch nochmal eine Sitzbank. Sicherlich auch für mittelgroße Italiener sollte das passen. Ansonsten, was haben wir hier? Das sieht soweit erstmal ganz gut aus. Hier unten haben wir Rost. Das lässt sich bei Italienern ja leider nicht vermeiden. So, wir machen mal die Haube auf. Was sehen wir? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, weil ich einfach nicht der Lancia Typ bin. Aber da kommt ihr ja ins Spiel. Ihr könnt mir ja mal erzählen, was für einen Motor hat der, was für typische Schwächen sind das. Wie gesagt, ich kann nicht alles wissen. Ich gebe mein Bestes. Aber ich kann hier auch nur die Informationen übernehmen, die ich sozusagen vom Eigentümer bekommen habe. So, und jetzt gehen wir an das letzte Auto hier in diesem Raum. Ich denke mal, einige Ostblock-Kids in meinem Alter werden das Auto noch relativ gut kennen. Skoda 105. Also das Auto hat ungefähr 64.000 gelaufen. Es hat keine Papiere. Hat ein paar Schlüssel dabei, aber irgendwie manche passen, manche passen nicht. Ist halt so ein kleiner Glücksgriff. Lief zuletzt. Ja, also der Kunde hätte gerne 1.200 Euro. Wer einen Skoda zu der Zeit hatte, das war schon jemand. Die anderen sind Lada oder Polski-Fährt gefahren. Ich würde sagen, wir gucken uns mal den Motorraum an. Die Kenner werden es natürlich wissen, aber die anderen nicht. Der Motor ist nämlich hinten. Und auch hier ganz spannend. Auch das werden wahrscheinlich so ein paar Ostblock-Kids kennen. Man hat hier den Motor, aber hier ist noch so viel Fläche und so viel Lagerraum gewesen, dass man überall einfach nochmal das Essen oder sonst irgendwas mit reingetan hat, wenn man auf lange Reise gegangen ist. Sieht jetzt erstmal sehr komplett aus. Weitere Informationen habe ich jetzt erstmal nicht. Und macht einen gar nicht so schlechten Eindruck, muss ich ehrlich sagen. Ich finde die Farbe ganz cool. Das ist halt so die typische Farbe gewesen, die man im Ostblock hatte. Wenn man sich so ein paar alte Videos anguckt, dann sieht man das immer sehr gut. Und ja, Skoda 105. Ich denke mal, für den richtigen Sammler und Bastler wird das eine spitzen Nummer. All die Autos, die ihr jetzt hinter mir seht, diese stehen alle nicht zum Verkauf. Die möchte der Eigentümer behalten und das akzeptieren wir natürlich auch so. Wir haben jetzt hier noch ein Fahrzeug. Ich versuche mal eben mal kurz da hinzukommen. Also, Lancia Gamma Coupé. Jahrgang 82. Ansonsten, ob Papiere dabei sind, wissen wir nicht. Es ist auf jeden Fall ein Schlüssel mit dabei. Ohne Motor, ohne Getriebe. Seit 1500 Euro bringen. Und ungefähr so steht das Ding auch da. Gucken wir kurz den Innenraum mal an. Innenraum ist auf jeden Fall da. So viel kann ich euch sagen. Aber wie gesagt, das ist halt wirklich ein Ersatzteilspender. Also wer Ersatzteile braucht, das sollte vielleicht das interessante Auto sein. Wir haben hier noch einen Lancia Gamma Coupé. Der ist von Jahrgang 82.000, 130.000 gelaufen. Hat eine Automatik. Ob der Papiere hat, wissen wir gerade im Moment noch nicht. Hat einen Schlüssel und läuft auf jeden Fall auch nicht. Der Motor ist vorhanden. Die Fahrgestellung ist auch vorhanden. Das passt. An der Haube sieht man schon, dass der relativ stark in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Also sicherlich auch nur ein Ersatzteilspender. Gucken wir mal kurz in den Innenraum. Und hier sieht die Innenausstattung auch gut aus. Also die ist zumindest vorhanden. Soll 1800 Euro kosten und hat eine Automatik drin. Jetzt geht es weiter. Wir haben nämlich noch ein letztes Fahrzeug und das ist ein Maserati. So und zwar ist das hier ein Maserati 425 Viertürer. Diebstahl sicher vom Eigentümer aufbewahrt, wie wir sehen. Ob der Papiere hat. Wir haben einen Eigentumsnachweis von dem Auto. So viel kann ich euch schon mal sagen. Der hat Schlüssel. Lief auch zuletzt. Hat einen zweieinhalb Liter Motor. Ist soweit komplett und darf 2500 Euro kosten. So. Schauen wir uns die Innenausstattung an. Dann sehen wir, dass die Türverkleidung, die Türpappe fehlt. Ansonsten ist die Innenausstattung da. Wir haben elektrische Sitze. Hinten die Sitzbank sieht aber wirklich gut aus. Da kann man sicherlich mit den Sitzern auch was anfangen. Ich denke mal, das sollte passen. Ich denke mal, auch das ist für einen Bastler irgendwie was Cooles. Gerade wenn man wirklich Teile braucht für einen Motor oder so. Ist das ja wirklich nicht verkehrt. So, ihr seht, ich bin jetzt fertig. Ich sehe auch aus wie ein Schwein. Das bringt das mit sich, wenn man so ein bisschen nach den Scheunfunden sucht oder auch mal eine Garage ausräumt. Weil, ja, einfach kann jeder. Wenn ihr was seht, wo ihr sagt, ey, das passt, da habe ich Bock drauf, meldet euch bei mir. Wie gesagt, ihr könnt mir schreiben, ihr könnt mir bei Insta schreiben, ihr könnt mir eine E-Mail schreiben, ihr könnt mir bei WhatsApp schreiben, ihr könnt mich anrufen. Das ist alles gar kein Problem. Wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht was verkaufen will, der eine Scheune hat voller Autos, wo ihr wisst, der Opa, der Onkel, da stehen ganz viele Autos. Sie sollen eigentlich weg, aber man hat irgendwie noch nicht die Zeit gefunden. Dann können wir auch gerne rumkommen und können gerne so quasi das gleiche Format mit euch machen. Und ansonsten, wenn ihr jemanden habt, den ihr kennt, vielleicht ein Opa, ein Onkel, irgendjemand aus der Familie, ein Nachbar, wo ihr wisst, da ist eine Scheune, da sind ganz viele schicke Autos drin, gebt uns Bescheid. Wir haben da auf jeden Fall Bock drauf und vielleicht können wir wieder so ein Videoformat hier starten und dann gibt es die nächsten coolen Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da, abonniert den Channel, ganz wichtig, ihr könnt uns auch gerne auf Instagram folgen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir eine E-Mail, ruft mich an, das ist immer super. Aber ansonsten war es das erstmal von mir. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.